Sehr geehrte Teilnehmer dieser Konferenz, ich freue mich, dass Sie alle nach Chemnitz gekommen sind, von nah, von ein bisschen weiter und von ganz schön weit. Sie sind alle mit unterschiedlichen Erwartungen, aber mit einer Idee im Herzen hergekommen, mit der europäischen Kulturidee. Und wäre es nicht schön, wenn alle Städte Europas Kulturhauptstädte wären? Vielleicht sitzt es ja auch irgendwie. Auf alle Fälle wäre es eine schöne Überlegung, weil wenn alle europäischen Städte Kulturhauptstädte wären, dann würden die Länder miteinander sicherlich manches Thema, was im Moment nicht so sehr gut verhandelt wird, und mit einer anderen Kultur zumindest versuchen zu verhandeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Konferenz Stadtkultur Chemnitz 2025. Sie alle können mit 2025 was anfangen. Und die meisten drücken auch Chemnitz die Daumen, dass die Reise, auf die wir uns gemacht haben, um Kulturhauptstadt zu werden, für uns eine gute Reise wird. dip in § 5. Vielen Dank.